ist das doch Fluid Enriched und ich habe nur ein Ding falsch gemacht brauchen wir das Ding doch, aber das ist jetzt in dem Slot kann man die so 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 jawohl und jetzt brauchte ich, achso es geht eigentlich hauptsächlich gerade um diese Upgrades hier und das Overclocker Upgrade Coolentil Irgendwas mache ich hier falsch Ich weiß nicht wieso, aber irgendwas mache ich falsch Ich dachte so ging das, zumindest damals ging das so Na gut, da ist das coole drin Extractor Metalformer Ich glaube wir brauchen noch einen Metalformer Dann machen wir wohl nochmal einen Metalformer Ach du Scheiße Ähm Koper So Und dann Cutter Kabel Nein Ach hier sind die Das reicht nicht Den haben wir nicht Den haben wir nicht Den haben wir nicht Ich glaube wir brauchen noch ein paar mehr Fortsch Fortsch So, 1, 2, 3. Toolbox, die braucht 5x Bronze. 15, ach so, da kommen 2 raus. Davon brauchen wir 2. So, das kann ich auch hier wirklich rein. So ein Ding. Ach so, warte mal, die haben wir noch. So, Metalformer ist IC2. Mode Extruding und da brauchen wir... ... 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 und Silber und Gold. Silber und Gold. Oh, mal seit Ewigkeiten der Regen. Ich hoffe, das wird sich hier nicht verbinden mit irgendetwas. Elektrom war das, ne? Zup, 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 zup. Oh, da kommt hier richtig viel raus. Na gut, es waren ja auch zwei Sticks. Dauert doch länger, als ich gedacht habe. So, wie viel sind noch übrig? Gut, das heißt, ich brauche zwei hiervon. Zweimal da und zweimal noch da. Dann sollte es ja wunderbar. Elektrom. Dann machen wir wenigstens mit dem Redstone noch etwas vernünftiges. Oh, ich glaube, davon brauchen wir noch ein paar mehr. Oh, ich glaube, davon brauchen wir noch ein paar mehr. Ja, davon brauchen wir noch ein paar mehr. Oh, es ist der Sound von dem Jetpack wieder abgeschmiert. Machen wir hier noch zwei Sticks mit hier. Mach mal voll da. Los, schneller. So, ich nehme das, der muss mal raus. Gut. Machen wir das mal voll. Und. Wieder zurück. Wieder zurück. Great. Coolen Zell mit Zinnplatten. So, alles was wir jetzt nicht mehr brauchen, da rein. Weg, 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 weg. Coolen Zells mit Zinnplatten. Und. Überset. Ironplates. Zinn, 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 zinn. Eins, zwei, halb, vier. Und ein Stick. Upgrades, Du, Dich. Da. Alles rein. Jawohl, Ziel erreicht. Jawohl, Ziel erreicht. Vielen Dank. Du bekommst nicht mehr genug, oder? Das ist ein Harden-Servo. Wir brauchen noch einen neuen Servo. Manso Reinforced-Servo. Ach, mit Elektrum. Nein. Obsidian und Blei. Ja. Ah, warte, 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 warte. Guck mal hier. Scrap-Boxen. Guck mal, was es vernünftiges rausbekommen ist. So, alles mal her. Was haben wir ein schönes. Batterien wieder. Zinnlast. Federn. Grasblöcken. Ghostdown. Neder. Sticks. Pick-Axt. Sausen. Gold. Gürbel. Dirt. Gold. Ohr. Rabban. Rottenflash. Wundenhau. Steak. Und nein. Nix vernünftiges dabei, was wir brauchen können. Schade, 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 schade. Ich wollte gerade sagen. Sag mal, wie viel Klee haben wir noch. Mal gucken euch das mal an. Ach, der produziert immer wieder nach. Unser guter, äh, äh, Bäumchenmacher draußen. Aber man sieht schon hier, wir haben 16.000 Sitzlinge zwar, aber irgendwie. Na, es läuft aber. Okay, unser Boilerraum muss auch noch weitergemacht werden. Dann machen wir. Ach so, genau. Ich musste so noch so zwei, drei Sachen. Ach, Mist. Zwei, drei Sachen vorbereiten für die nächste Folge. Dafür brauchen wir. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, stopp, falsch. Eisen, Kohle, 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 Kohle. So kannst du nämlich jetzt hier schon mal ordentlich wieder Dings herstellen. 1800 Hallo Das hier ist Bogenschießcharte Ha Oh der war schlecht. Egal Du brennst immer noch steinchen Du bist durch Du bist durch Du bist durch